Virtualisierung begegnet dir wahrscheinlich im Alltag häufiger, als du glaubst. Was es damit in der IT auf sich hat, wo es zum Einsatz kommt und welchen Vorteil das für dein Unternehmen bringt, erklären wir heute. Hallo Roland. Hallo Dirk. Wir sind nicht virtuell, wir sind in real hier. Ja, ich würde mich auch virtualisiert komisch fühlen. Das stimmt, genau. Aber Virtualisierung ist natürlich so ein großer Trend. Man kann mittlerweile sehr viel virtuell machen. Das ist inzwischen eigentlich schon mehr als ein Trend. Das ist eigentlich Industriestandard. Das ist Industriestandard. Es nimmt aber auch jetzt mittlerweile im Privaten, in der Freizeit greift es immer mehr um sich. Virtual Reality, Augmented Reality. Dabei ist das jetzt eigentlich gar nicht so das, was wir hier machen. Das meinen wir nicht. Genau. Ja, wann kommt denn Virtualisierung so zum Einsatz? Erklär doch mal. Aber bitte nur in einem Satz ohne Fachchinesisch. In einem Satz ohne Fachchinesisch? Ja. Okay, also Virtualisierung ist im Endeffekt, ich habe einen Server, der tut aber so, als wäre er viele Server. Aha, okay. Also er simuliert quasi das Vorhandensein von mehreren Servern. Genau. Okay. Warum, wofür brauche ich das? Also man macht es aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es einfacher, wenn ich jetzt einen Server nehme, wo eine Applikation installiert ist. Es ist jetzt völlig egal, was das für eine Applikation ist. Datenbank, Mail-Server, Datei-Server, bla bla irgendwas. Völlig egal. Es ist einfacher, diesen, ich nenne es mal Container, diesen virtuellen Container bei Modernisierung von Hardware auf eine andere Hardware umzuziehen. Weil ich dann quasi diesen virtuellen Server wie eine Datei einfach von A nach B schieben kann. Okay. Und bei einem herkömmlich installierten physischen Server muss ich halt immer noch sowas berücksichtigen wie, okay, diese Gerätetreiber vom Festplattenkontroller, von der Netzwerkkarte und sonst irgendwas. Und bei virtualisierten Servern spielt das für diese virtualisierte Instanz keine Rolle. Okay, also die Wiederherstellzeit in einem Desasterfall kann deutlich verkürzt werden. Also Wiederherstellungszeit kann verkürzt werden. Oder wenn ich hatte, neuere. Genau, Migrationen sind einfacher, also quasi der Umzug auf neue Hardware. Und ein anderer sehr großer Vorteil, den ich halt bei Virtualisierung habe, man hat ja heutzutage die Server, die haben relativ viel Leistung, muss man auch sagen. Die haben viel Arbeitsspeicher, die haben viel Prozessorleistung. Und das alles für eine einzelne Aufgabe zu verwenden, wäre Verschwendung. Okay. Das heißt, ich gehe hin, habe mein leistungsfähiges Blech dastehen und mache dann da einfach meine 5, 6, 7, 8, 9 Container drauf, wo ich dann in jedem Container auch wieder ein eigenes Betriebssystem habe. Und jedes hat dann seine eigene Aufgabe. Aber dann ist der eine Container, ist das Dateisystem. Der nächste Container ist Datenbank. Also sprich, ich weise zu, Aufgaben zu und stelle auch quasi die Kapazitäten bereit, dass die Aufgabe von der Maschine erfüllt werden kann. Und diese Ressourcen können jetzt auch nicht so ohne weiteres von jemand anders weggenommen werden. Heißt also, wenn ich jetzt hingehe und möchte die Datenbank so nutzen, wie ich mir das vorstelle, hat es keinen Einfluss darauf, dass jemand anders gerade unheimlich viele Mails verschickt. Die Leistung kann immer noch bereitgestellt werden. Also man kann natürlich auch, das ist auch wieder so ein ganz doofes Wort, überprovisionieren. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Server habe, der hat 64 GB RAM, hardwaremäßig, dann könnte ich theoretisch hingehen und diesen Containern, die da drauf laufen, mehr als diese 64 GB RAM zuweisen. Solange die das nicht aktiv alle benutzen, knallt das auch nicht. Also man kann überprovisionieren. Also einfach, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass alle Maschinen gleichzeitig 100% Leistung abrufen. Richtig, genau. Also das wird zum Beispiel in großen Rechenzentren, wird das ganz gerne so gehandhabt. Was aber auch ein Riesenvorteil ist von diesem Unterteilen der Aufgaben, dass ich also im Prinzip mir viele kleinere Server sozusagen baue, die dann alle nur eine Aufgabe erfüllen. Wenn ich mit einer von diesen Aufgaben mal ein Problem haben sollte, ich habe einen Datenbankserver, der durch einen Software-Update mal in die Grütze geht, nicht mehr läuft, dann kann ich mich um dieses Problem kümmern, den Restoren aus einer Sicherung, ein Update einspielen, Fehlerbehebung, sonst irgendwas machen, mit dem Hersteller in Kontakt treten, von dem die Datenbank kommt. Und ich kann an dem System arbeiten, das Ding neu starten und alles damit machen, ohne dass ich die restlichen Container, die da laufen, mit beeinflusse. Das heißt, der Rest von meinem Netzwerk im Unternehmen läuft weiter. Das heißt, ich habe weiter meinen E-Mail-Server laufen, ich habe vielleicht weiter noch, vielleicht habe ich auch mehrere Datenbankserver für unterschiedliche Anwendungen. Ich habe also nur diese eine Anwendung, die dann in dem Moment gestört ist. Und wenn man das wie früher, ich sage mal vor 15 Jahren, wenn man da hingegangen ist und hat alles auf einem Server laufen gehabt, was im kleinen Unternehmen oft der Fall war, dass man da hatte einen Server da stehen und da wurde einfach alles drauf installiert, was man so gebraucht hat. Die waren damals so verrückt, die Leute. Genau. Und wenn man da aber ein Problem hatte, stand im Prinzip das ganze Unternehmen. Ja. Gut. Und jetzt ist das, jetzt kann man aber sagen, wir haben den Status mit dieser, jetzt ist es auch wirklich mal fertig. Es gibt, also es gibt jetzt keine Updates mehr und. Doch, Updates gibt es immer. Ja? Ja, natürlich. Aber irgendwann, wir kommen doch irgendwann mal dahin, dass wir sagen, so jetzt haben wir es. Nicht? Okay. Okay. Ich frage mich, ob ich nicht irgendwann mal das iPhone bekomme, was ich quasi für den Rest meines Lebens benutzen kann. So. Auch ohne Software-Updates. Du kannst dein iPhone für den Rest deines Lebens benutzen. Das ist halt nur irgendwann Kacke. Ja. Ich hätte auch gerne The App dann da drauf, wo ich da alles mitmachen kann. Ja, genau. Ja, gut. Lasst euch wieder was Neues einfallen. Gut. Nee, Dirk, das war wirklich total spannend. Virtualisierung. Ja. Wenn der Dirk euch mal beim Thema Virtualisieren helfen soll, geht bitte auf unsere Webseite, drückt den Button Beratungsgespräch vereinbaren und dann melden wir uns bei euch. Und sonst gibt es hier keine Möglichkeiten. Genau. Vielen Dank für eure Zeit. Wir freuen uns von euch zu hören. Bis bald. Tschau mit V. Scheiße. Bis zum nächsten Mal.